Hallo und herzlich willkommen hier zu einer ganz kurzen Info hier auf Miners 007 und zwar möchte ich mit diesem Video einen sozusagen Partner YouTuber unterstützen, mit diesem YouTuber oder eben Sven Popo, der LP von Sven. Dann habe ich schon ein Community Projekt laufen und noch mit ein paar anderen YouTubern, wie ihr vielleicht wisst, das ist der Server, Multimine und so weiter und so fort. Auf jeden Fall wollen wir uns gegenseitig so ein bisschen unterstützen und genau aus diesem Grunde möchte ich ihm in diesem Fall einmal ein bisschen helfen und zwar geht es darum, dass er seinen Kanal gelöscht hat, nicht gelöscht, was erzähle ich denn da, sondern seinen Kanal wechselt, in diesem Fall wegen seinem Partnernetzwerk. Und Miners 007 ist leider in genau dem gleichen Partnernetzwerk wie LP von Sven und zwar ist das Basma Videos. Wir sind alle nicht zufrieden mit diesem Netzwerk hier, also de-empfehle ich euch jetzt sozusagen einfach mal dieses Netzwerk hier, denn die Zahlungen kommen unregelmäßig erst ab 70 Dollar und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Ja und Sven wollte dann eben deshalb einen neuen Kanal machen, also statt Sven Popo jetzt, ähm, statt LP von Sven, jetzt ist Sven Popo. Wollte ich nur mal so anmerken, also abonniert bitte seinen neuen Kanal, wenn ihr weiterhin so tolle Videos von ihm sehen wollt, wie ihr auch schon hier auf seinem alten Kanal dann eben gesehen habt. Und hoffen wir mal, dass er seine 671 Abonnenten dann auch hier ganz schnell wieder erreichen kann. Okay, eine weitere Info, ähm, es werden in Zukunft ein ganz bisschen weniger Tutorials kommen und zwar bin ich im Skiurlaub in Österreich, vielleicht kommt von da aus ja auch mal ein Video. Keine Ahnung, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt, macht dieses Video mal nicht länger, damit mein Internet da nicht noch länger dran hochladen muss. und sage Tschüss bis zum nächsten Video von The Miners 007 und danke, dass ihr immer so fleißig zuschaut. Bitte join doch auch den The Miners 007 Fanserver multi-mind.de www.25566